Servus, ich war ja der Meinung, wir fahren heute eine gemütliche Runde durchs Rottal, aber unsere beiden Geister fallen, die taunen auch wie blöd. Mittlich wird's nicht, aber uns ist versprochen worden, es ist auch ein Biergarten dabei, also packen wir's. So meine Damen und Herren, wir befinden uns hier an der Corona-Kapelle und wollen nun das Wunder des Heilwassers erleben, dass der Mane künftig ohne Brille auskommt. Ich merke schon, wie es besser wird. Heilung, Heilung, Heilung. Ist denk schon ganz unschub. Ja. Das Hotel. Ja. 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 Ich glaub unten durchaus leichter. Ja. donut Auch wenn Tote rauskorkommen! Ja sehr först. Ich glaube unten durch ist leichter. Das ist immer noch Oberbayern. Aber so geht es da weiter. Morne in Gefahr. Live-Action-Camp. Uiuiui. Ah, der holt nicht. Scheiße. Wo ist der heute dabei? Liegt der da einfach so. Du bist jetzt ab sofort der Mountainbite Bear Grylls. Die Toskana im Rottal. Was es im Rottal alles gibt, der Wahnsinn. Wahnsinn. Schön. Und gar nicht schüchtern. Schau. Oh, die zischt tatsächlich. Da schau her. Sie weiß noch gar nicht, dass da Internet da wird. Wow. Ja, lecker. Ja, aber die tun sich nichts. Aber voll aggro. Ja. Oh, ist die schön. Und weg ist sie. Das ist ein geiles Teil, oder? Ja, geil. Was man wie im Rottal alles entdecken. Wahnsinn. Klasse. Also Wahnsinn. So, jetzt sind wir auf dem Never Ending Trail. Mal schauen, wo es unendlich ist. Oh, ho, ho. Oh. 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 Geht andersrum auch Spaß macht, glaube ich. Ja, wir können ja gerne in die andere Richtung auch nochmal fahren. Also es war auf jeden Fall ein saugeiler Trail. Leider haben wir mir verkehrt umgefahren. Und wir sind ja nicht in den Alpen. Wir sind ja im Rottal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Prost! Prost! Auf uns! Auf geht's! Let's roll on! Es ist zwar bloß hügelig im Rottal, aber von denen gibt es dafür genügend. Und die hakt es dann mit der Zeit auch ganz schön auf. Also Pony! Mini-Pferd! Welcome to Rockefeller! Also wir haben jetzt auf den letzten Meter zurück nach Wurmans Peak. Eine wirklich schöne Runde, aber auch wirklich hart. Also man sollte Hügel oder Rent nicht unterschätzen. Dankeschön für's mitnehmen. Schöne Runden war's, hart war's.